Warte, ich bin jetzt auch da... Es geht brussisch, russisch... Balota, Kamenka... Kamenka kann man sehen Ja, der Rest verstehe ich nicht Oben rechts... Keine Ahnung... Oben rechts... Ja, auf jeden Fall Berizzino! Ja, da bin ich ja gerade gespawnt Achso... Und direkt ein Flugzeug über mir, er ist sicher... LOL, 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 LOL Was liegt runter? N plastic Ey, zieh dir die Musik rein Hahaha Wie kann der Fallschirm aufmachen? Ach da Und dann auf einmal das Flugzeug fangen Ja, diese Musik... DÄ 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 DÖÄ Oh goile... Ey, ich hab 65 FPS nah, was geht? Das Flugzeug dahinten Harry Dahinten ein Auto! Auto unter uns! Scheiße! Bullenwagen! Nein, sie halten an! Deploy Bike? Loll! Achja, man kann ein Bike deployen. Ne, pfff! Ach man, ich brauch noch ne Engine und ne rote! Loll! Hast du ne Toolbox? Ja! Das Ding können wir upgraden dann, ne? Ich konnte auch Deploy Gyrocopter machen. Jaja, das kann man wahrscheinlich, ja. Mit nem Heli, was ist? Was geht? Und ich bin wieder in der Luft. Nee, keine geile Musik. Nein, ich will nicht in die Richtung gehen! Oh, das ist ne Heli! Eben, Flugzeug jetzt ne Heli! Und... Scheiße! Scheiße! Du wird direkt auf mich geschossen! Heli! Direkt ne Camo Closing, mit nem Sniper! LOL! Was? Oh, ich hab ne M4! M4! Ich hab ne MK-Mod! M4 A3 CCO bin ich gespawnt! Mit zwei Magazinen! Und ne LS-Pack! Ja, sicher! Ich lauf einfach zur... Ab jemanden! Feierwache! Na lol! Ich will hier weg und dann Frenty spielen! Oh ja, ich bin dort! M110 SD ja sicher! M110 SD ja sicher! Na... Ich bin gerade hier! M Bi 50 E I ng Rebecca.. Alter von Zenольшiny Highvorben B supplied die Gitarre berge�� Für die Quadrere bergeellt zu machen! лес!